Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sniper Elite 4 Alter Ich bin da in so einer schlechten Position So, weg mit dem erstmal Anstrengung Shit. Oh. alter Typ mit dem Pfong weg Da Duh Da Ha der da unten ist informiert der kommt aber eh nicht her ich hoffe dass mich langsam dann nicht mehr finden jetzt lang nicht lang genug nicht mehr sehen das auskönnen Das muss ich irgendwie nen Weg da hoch finden, ne? Ach doch, Alter. Auf Unterscheid-Munition wechseln. Rotbauer hat Beweise zu Böhm's Plan. Die muss ich haben. Ja, das kommt aber zuletzt. Die konnten nämlich durch einen lautlosen Kill so bemerken. Ja, es fehlt nicht nur einer, es fehlen zwei, falls du es nicht bemerkt hast. Ne, gut, dass ich über 100 Meter von hier noch entfernt besucht werde. Diese Riesenkanone muss verschwinden. So. Ich muss sogar den Weg zurück gehen, ey. Gleich erst mal nachladen. Weil der eine mich immer noch da verdächtigt, oder was? Warum wird das immer nur angezeigt? Ja. Ja. Frag mich wie er da hingekommen ist. Aber er ist hier in 40. Ja. So, da oben kämpfen die Partisanen. So, da oben kämpfen. Du wirst ja eh wo ich bin. So. So, da oben kämpfen. So. So, da oben kämpfen. So, da oben kämpfen. So. So. So, da oben kämpfen. Und der Offizier, sorry. Tja. Wir haben ein ordentliches Massaker eingerichtet, ey. Tja. Oh, oh, das Boot ist böse. So. Jetzt muss ich mich da durchkämpfen, ey. Tja. Shit. Ticken zu tief. Tja. 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 Ich den natürlich nicht zerstört habe, ist natürlich ärgerlich. Er ist halt auch fahrunfähig jetzt. Der andere ist in die Tellermine gelaufen. Schön, dass wir jetzt alle hier weg holen. Oh. Was ist das? Tja, die Stadpermine hält die schon auf. Ja, ich bin weg. Die Stadpermine hält die Stadpermine hält. Die Stadpermine hält die Stadpermine hält. Die Stadpermine hält die Stadpermine hält die Stadpermine hält. Und weg hier. So, da ich hier extrem bewacht wird, gehe ich jetzt noch da hinten rum. Außerdem steht da noch dieser Panzerraum, der mich näher wird. Stadpermine hält die Stadpermine hält die Stadpermine hält. Kann man nicht looten. Dann kann man aber looten. Da rüber. Zum Glück haben wir schon eine Schaft schützen. Ich will das eigentlich noch in dieser Folge hinkriegen, aber es wird ein bisschen eng, weil wir schon am Ende sind. Dann heißt das, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann. Abonniert mich, damit ihr auf dem Neustand bleibt. Bis dann. Haut da rein.